Ach, super! Und jetzt ist sie ja nicht. Nein! Verfall! Verfall! Sagt Moll! So. Hoch spring ich jetzt nicht. Ich will da rüber. Na ja! Hopp! Also, geht doch. Wollen die ja nicht im Gegner? Na ja, ist egal. So. Hoch. Okay. Aha. Gut, hier kann ich nichts weiter machen. Äh, ja. Gibt's noch was? Bringen wir mal runter. Oh, sonst gibt's hier weiter nichts. Huch. Ah, Mist! So, und jetzt kommen wir hier hoch. Äh, scheiße. Ja, jetzt brauche ich Schotti und ich weiß nicht, wo der steckt. Da unten doch. So, einmal da rüber. Äh. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Äh. 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 Was machst du denn? Ich hab schon da. Och, moine. Äh. Äh. Mist. Ich hasse die Singer, die heulen. Ja. Ach, manches. Was. So. Jetzt. Nein! Och, meine. So. Doran. So. Okay. Ich bin... Der ist drüben. Wo ist denn der Schuppe da? Nein! Oh! Nee! Ich hasse das. Da ist Computer, das soll ich hier. So. Och, jetzt hängt der Ahr noch hier drüben. Das kann doch, das gibt's doch gar nicht. Was macht der denn? Äh. Ja, Mann! Er ist doch scheiße hier. Hey, er hängt beide vorweigeher drüben. Das gibt's doch gar nicht. So. Na, endlich! Mein... Ich bin... So. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Gut, da brauchen wir eine Schraimschlüsse dafür. Ach ja, sind wir noch ein paar... Ne? Nicht da runterfallen. Gleich haben wir es geschafft. Uh, das geht auch tief ab. Ja, sind noch ein paar... Jawohl, und schon sind wir Abenteurer. Super! Gut. Dann machen wir hier erst mal hier zusammen. Aha, ein Postkosten. So. Und dazu brauchen wir natürlich erst mal einen Brief. Aber der Brief kann ich nicht über das Paket oder keine Ahnung, wo das zu finden ist. So. Ja, das Ding muss man zusammenbauen. Ach so, deswegen konnte ich es nicht verschieben, weil es noch nicht zusammenbaut war. gut. Gut, einmal... Äh! Na? Den Plan würde ich haben. So. Okay, den schieben wir hier vor. So. Und einmal in die Richtung. Genau. Und dem machen wir das gleiche. Ich wollte erst mal dem vorziehen. Okay. Okay. Dann gehen wir mit Willi da hoch. So. Das zerstören. Okay. Okay, dann gehen wir irgendwie so hoch. Hopp. Und hopp. Okay. Uh. Hopp. Ah! Mist. So, jetzt kommen gleich die nächsten Gegner. Sogar mit Armbrust. Aber das wüsste ich nicht viel. Wir sind besser. Gut. Dann geht es hier lang. Hier hoch. gut alles ansammeln alles ansammeln so gleich die kiste noch mit so nochmal hoch ja gut da kommt jetzt nicht weiter na geh doch mal weg will hier gut da müssen wir so zerstören da drauf da drauf da gezogen ok so gegner ja papa gegnerchen so da noch der und der so ach hier sind auch noch bock gegnerchen huch äh gut was macht der äh cool da muss ich ja natürlich auch aufpassen dass wir nicht da drauf kommen ja scheinbar stürzt ich jetzt nicht weiter so ja 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 Ich habe schon Skali! Und Abenteurer! 100% Juhu, dafür gibt es keine Extra, Punkter oder Achroner. Au! Noch mal ein bisschen Latias auf mein Ohr. Juhu, noch mal Besteine 1 zusammen. Gut, Artefaktor, arbeiten wir hier. Nur 2 Stunden, ne, 3 Jahre. Und Story fortsetzen. So. Das Besondere an dem zweiten Film, Tempel des Todes, ist natürlich... Wie soll es das anders sein? Die weltberühmte Lorenfahrt. Die wir auch bald wahrscheinlich ja in der Befreiung der Sklaven oder in der Zeitung später. ... 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 nur erstmal hier alles mal zerkloppen. Jawoll, so. Schottier haben sie jetzt entführt sozusagen und wir müssen ihn retten. Müssen befreien, genauso wie die anderen. So. Okay. So, dann das ist natürlich noch nicht die Lohrenfahrt, wie wir es mal hier sehen. So, dann kommen wir hier. Hier ist noch eine blaue, hier ist noch eine blaue.